Guten Tag, mein Name ist Robin Gegenheimer und ich berate seit über 16 Jahren Unternehmen bei der Optimierung und Strukturierung deren Übersetzungsmanagements. Ich mache das Ganze schon eine ziemliche Weile, deshalb kann ich auf einen relativ großen Erfahrungsschatz in der Übersetzungsbranche und in der Zusammenarbeit unterschiedlicher Kunden zurückgreifen. Ich kenne die Herausforderungen der Unternehmen und versuche passgenaue Lösungen für die individuellen Anforderungen zu finden. Seit Januar diesen Jahres habe ich die Vertriebsleitung übernommen und bin Mitglied des Management Teams bei der AirConsistence GmbH. In meinem Vortrag, sogenannt Content Management international, erreichen Sie die Kunden in ihrer Muttersprache, den ich am 4.5. um 13 Uhr halten werde, möchte ich aufzeigen, wie internationales Content Management gelingen kann. Ich zeige Ihnen, wie automatisierte Lösungen Unternehmen ermöglichen, die Time-to-Market zu verkürzen, Kosten zu reduzieren und gleichzeitig die Qualität des mehrsprachigen Contents zu verbessern. Ich freue mich sehr auf den Austausch und vielen Dank. Ich freue mich sehr auf den Austausch und vielen Dank.